Hallo zusammen, weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. In den nächsten Herausforderungen der kosmischen Sommeraufträge müssen wir in Tricky-Flügel Spiele eliminieren, während wir eine X-Force Torbing sitzen. Ich vermute mal, das kann ich als Pilot machen, da die sicherlich bewaffnet sein wird oder als Mitspieler oben auf dem Flügel. Oder sowas ähnliches gab es ja schon mal. Dafür gibt es dann 30k und wieder einen neuen Stil des Surfbrett Hängegleiters. Er zählt, dann stelle ich mich aufs Flugzeug und fliegt gar nicht. Natürlich zählt das, hä? Wusste ich nicht. Das machen die anderen ja auch die Anzeite. Ich habe gedacht, wo es aktiv fliegen ist. Auch der, dieser Drift, der nervt. Rot. Ich. Wie ist denn, der chillt hier immer, der eine Camper? Ja. Rot, das ist doch einfacher. Ich bin schon begonnen. Die ist gerade bei mir eingestiegen und wollte mich gerade töten. Leider bin ich schneller ausgestiegen. Ich stehe auch im Flugzeug. Nein, ich hatte die ganze Zeit diesen Dynamo Skinnern. Sicher? Naja. Na. Mein Flugzeug hat nur 52 HP. Und es explodiert. Egal, weiter geht's. Um anderen. Oh, ne, da oben käme so ein Bastard. Ja, das ist einer, ich sehe das. Guck mal, dein Alter kann das auch. Haha. Wo bist du denn da sehe ich dich? Och, der war knapp, ob man die euch gleich damit ist. Ich habe ja auch 1000 Gold. War das ja nie trockst? Wie kommt das denn? Nein, es war ein Double. Ich habe euch jetzt Flugzeug geklaut. Haha. Oh ja, jetzt wollte ich mir schön die ganzen Luftgranaten, Decker. Leider kostet der 220 Gold, der Luftschlag. Das ist aber nicht allzu schlecht. Aber bei deinen Millionen von Kills, so. Ja, ich habe 44 Kills. Also ganz schön Eis. Hauptsache von Eis. Ich sehe zu, dass ich meine Herausforderung schaue. Die Kills sind dann, außer die Flugzeugkills. Der Rest ist mir shit egal. Du bist angegriffen. Ich bombardiere dich. Bist du das im Flugzeug? Ich snipe alle weg. Ich bin so gut im Schleim. Bin so gut. Dann kaufe noch einer ab. Geht ja nicht. Dann kaufe dir mein Eis. Ange... Das ist alles muss ich haben. Das ist meine Freundin, ich glaube, die mag mich hier. Das ist diese Reservoir-Baddy. Oh, ich kann eben wenig schießen. Oh, was war Gott denn? Wir sind nur zu zweit. Und wir sind... Ja, jetzt nehmen sie meinen Geschutz hier ein. Das war ich. 243 Meter Headshot. Ach so, ja, kann ich ja nicht wissen. Du schlechter Spieler hier, ey. Das sprengst du mein Flugzeug in die Luft. Unverschämtheit. Für die Eliminierung aus dem X-Force Stormwing gab es jetzt wieder einen neuen Stil des Wolken-Lama-Boards. Und zwar den Stil Wolken-Crew-Board. Auch mal ganz nett. Schaue ich mir dann gleich nochmal genau an. Dann hier noch der Vollständigkeit halber den Stil des neuen Gleiters, den es jetzt gab. Ja, und den letzten Stil gibt es dann wahrscheinlich in den nächsten Herausforderungen, die dann, meine ich, in wieder drei Tagen kommen. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.